Sophia Tomala ist das Gesicht der neuen Kampagne Bleib schön du selbst von Lidl. In Berlin stand Sophia für Lidl vor der Kamera. Die Schauspielerin präsentiert die neue Herbst- und Winterkollektion von Esmara und die Kosmetiklinie von Cien. Für mich muss es definitiv schlicht, tragbar und alltagstauglich sein. Esmara passt perfekt dazu. Und eine schlichte, enge Röhrenjeans dazu, vielleicht eine Grobstrickjacke, irgendwas, was auch gemütlich und bequem ist. Ich habe einfach viel zu tun und reise gerne und dafür brauche ich es auch gemütlich. Die Esmara-Kollektion bietet mit Denim und Grobstrick die aktuellen Styles der Saison sowie kuschelige Must-Haves und Basic-Teile zum Kombinieren. Für Sophia gehört zum perfekten Outfit auch die richtige Kosmetik. Und hier stand sie bereits 2014 für die Kosmetiklinie Cien vor der Kamera. Ich glaube schon, dass Kosmetik das Weltbewusstsein einer Frau natürlich stärken kann. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich gepflegt, man fühlt sich attraktiv in dem, was man anhat, was man auf der Haut trägt. Es ist ja so ein Gesamtbild, was entsteht, was einen natürlich glücklicher machen kann. Passend zur aktuellen Kampagne Bleib schön, du selbst, erscheint im September das neue Lidl-Kundenmagazin. Fashion- und Beautyfans erfahren darin alles rund um die neuen Looks und Trends der Saison. Dazu gibt es jede Menge Styling- und Pflegetipps für Haut und Haare im Herbst. Ab September ist Sophia Thomalla in fünf Fernsehspots zu sehen. Mehr von Sophia, Esmara und Cien gibt es auch online unter lidl.de-schönduselbst.